ok was mir 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 heute meine chance auf meinem kanal mit moment ich hätte ihn ja bestimmt aus dem ein oder video und zwar hat auch einen kanal auf jeden fall hier verlinkt und zwar ja wir haben hier so ekelige sachen zweimal zitrone und sojasauce wir machen mit flaschen grillen hat nur erstmal sind die zitrone als letztes die sojasauce und ja es wird auch wenn wir richtig richtig die kammer hier richtig ich hoffe wenn sie das ja ja sie man hier wie ihr seht aber die kerne raus was jetzt soll ich mit schale essen einfach alles essen ohne schale wie immer wenn man nicht wenn man das nicht machen das ist mein sojasauce ist nein ich bin ich strafe mit mir ist dann ohne gürtel dann bist du strafen dann muss in groß sein essen groß eine ich habe es euch gesagt wenn es nicht macht wo es ein sojasauce istHHHHH sojasauce du scheiße leute ja man jetzt muss auch sich die drohne wie ihr seht die drohne nicht fähig oder so ich bin ich habe die sauer sind zu ich bin ich muss auch immer das sauber rausziehen kann man auch alles ist der Unterricht wie ich war nur schade soll man sehen ich mach Schaden weg dann wo auch was mehr hier ist das Problem ist das nur noch das jetzt da meine Lippen brechen ja Bruder du hast keine Sauere genommen ne doch Junge mach einfach Bruder das wird das Schlimmste hier so ist es so Wer trinkt das schon, ja? Macht, ja, macht. Ey, das, äh, danach, äh, machen wir so ein bisschen, ne? Mach, mach, nein, 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 nein. Doch, Bulla. Bis am Ende ist. Oder doch. Mach. Was ich blute? Ja, egal, brauchst nicht mehr essen jetzt. Sag mal einfach, du hast gegessen. Hm. Was? Zwei. Willst du mit Schaden essen? Schmeckt's? Mach. Hauptsache, du hast noch ein paar Mal gekauft. Mit Schale ist Eier. Schale nimm. Hab auch vergessen. Okay. Los. Verschaff dich. Bete. So. Komm, komm, komm. Wir müssen jetzt drehen, komm. Jetzt kann ich wirklich drehen. Du. Nein, 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 Bruder. Du. Ohne Fake. Du. Dann muss schon wieder, warte mal. Zitrone essen, ne? Ähm. Zitrone. 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 Ich mach mal jetzt lieber so. So kann man mehr sehen. Scheiße, Zitrone, Bruder. Amina, ne? Warte. Ja. So, jetzt. Wieder richtig. Zitrone, Alter. Ich hasse Zitrone, Bruder. Ich hasse Zitrone, Bruder. Ich hasse Zitrone, Bruder. Hoffentlich kommt es gleich nochmal dran. Scheiß, Alter. Warte. Warte. Wieso ich? Das Video wird bisschen so 10, 15 Minuten lang, ne? Aber. Du hast halt diese scheiß Korn so raus. Auf den Kanal haben wir auch an die gedreht. Ich habe die nicht. Warte mal, jetzt. Warte mal noch ein bisschen. Ja, okay, das hat, das hat, das hat aufgegessen. Oh. 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 Wait. ato. Jetzt müssen wir die große nehmen. Und dann auch das Endplitter. Nein, das soll das Endeplittl sein. Und das kommt jetzt. So. Papa. Da… Mach einfach ganz der Schale weg, und dann… Ruch… Ruch… Okay! Pass auf was dencipieren zu kommen! Sorry. Ich finde gar nicht, was das hier防in zu sauer finden ist. Ihr hasst Zitrone. Ich schmecke es. Ja, ja, guck mal, sonst macht es nicht. Sauer, lüg nicht. Es war nicht schwer. Ich werde jetzt vielleicht meine Eier beweisen, ich werde es mit Schale essen. Stirb, stirb. Wir machen es lieber an Sitzen anstatt an Stehen oder an Sitzen. Ich habe keinen Bock drauf. Chillig, chillig. Bruder hat es zu Ende gegessen. Nicht nachmachen. Nicht nachmachen, locken. Das ist aber wirklich jetzt sauer. Hey, du musst erst mal drehen. Weil du jetzt drankommst. Keine. 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 Ich habe doch gesagt, Bruder. Ich habe vorgeten, ja. Läufe nicht. Vorgeten, Bruder. Ja, ist es? Ja, Bruder, guck. Ich esse auch mit Schale, ja. Ich zeig meine Eier. Hier, mit Schale haben wir nachbekommen. Hier. Hier. Was war das? Boah, Digga. Krase Zitrone. Ich habe keinen Bock. Ich habe keine. Ich esse wieder mit Schale. Mach. Du auch gleich mit Schale? Ja. Ja. Du kannst nicht stinken. Das haben wir gleich guten Mund hoch. Ja, Mann. Ich habe nichts mehr. Jetzt nochmal drehen, vielleicht komm ich jetzt nochmal dran. Bruder! Todesanfall. Bruder! Bruder! Schon wieder, ja. Nachkick! Ja. Aber egal. Mit Schale wieder, ne? Bruder! Nein! Das war eigentlich meine Aufgabe dann. Ich mache ohne Schale, Junge. Dachtest du, ich mache einmal mit? Bruder, ja, ist das mein... Ich darf dann nur sauren. Ja, okay, mach. Komm, mach. Das ist offenbar richtig sauer, ne? Das ist noch wahr, also. Fertig. Jetzt dreh ich mal. Jetzt dreh ich nochmal. Ja. Keiner? Keiner? Ja, du. Nein, ich will guck. Boah. Ja, Mann. Doch, guck. Ja, ja. Hier. Komm, rein und ran. So leise. Ah, ja, Mann. Geh ich. Boah. Boah, da musst du die Größe essen. Jetzt kommt so eine Soße gleich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ah, Bruder. Ey, Mann, du bleibst mich ruhig. Ich muss das hier abmachen. Wird halbe lang gedauert. Ja. Soll ich das einfach mit Schale machen? Und mach. Peace out. Hast du das gemacht? Hast du alles ausgespuckt, du bist da? Oh. Ja, iss mal weiter. Ey, nein, ich krieg jetzt eine Gürtel vielleicht. Entfernung, ich mach mal zusammen. Das ist mir gut. Bestrafung, ja? Nein. Ich mach mir der Gürtel vielleicht aus. Gut, ich mach das. Tschau. Sag das triff. Wir haben ja auch gespuckt, du bist. Leider aufzuschauen, du bist. Ich mach das Auge.